Und hallo Freunde, willkommen zu Let's Play GTA Online zum 53. Part. Ja, ich spiele jetzt hier mit dem Shadow Dragon 98 die Mission Stress auf dem Dach, weil der Lucky Hunter und der Ben Julian irgendwie nicht da sind oder offline sind oder keine Bock haben oder was weiß ich, was sie machen. Deswegen habe ich mich jetzt mal entschlossen mit dem Shadow Dragon 98 zu zocken, der ja eigentlich in YouTube Angel Blaze heißt. Ja, ballern mir jetzt hier mal die ganzen Chaoten ab, würde ich sagen. Alter, alter, alter. So. Schloch hier Level 90 erreichen, was der Lucky Hunter ja schon mit Level 100 gemeistert hat. So, jetzt müssen wir noch die Dokumente polen. Das Dokument wurde eingesammelt. Dann müssen wir jetzt zusehen, dass wir jetzt hier noch verschwinden können. Loll. Alter! Alter! Wie die, wie die Hotten Totten hier, alter. Alter, das ist ja hier... Der, der eher Angel Blaze muss hier weg. Der muss mal richtig Gas geben. Alter, der aber durch die ganzen NPCs komme ich hier ja nicht weg. Oh, oh! Zoooou! Ich denke mal, er kennt ja den Weg, weil es bei ihm angezeigt wird und diesmal nicht bei mir. Aber ich kenne ja eine Abkürzung, dank dem Lucky Hunter 1, 2, 3. Aber ich glaube, ich bin ja schon zu früh abgebogen, laut meiner Meinung. Was? Alter, weißt du, ey, da sind die Straßen viel zu klein für mich. Oh, er hat es diesmal geschafft, das Dokument abzuliefern. Ja, dieses Wort sehe ich doch gerne. Ja, okay. Level 90. Endlich haben wir es geschafft. Aber warum wir jetzt weniger bekommen haben, das wundert mich jetzt auch, ehrlich gesagt. Aber, naja, egal. So. Jetzt warten wir noch auf den Shadow Dragon 98, bis er jetzt hier endlich mal bestätigt. Was nehmen wir denn als nächstes für eine Mission? Ich würde das hier nehmen. Ein bisschen Spaß muss sein. Dann ist die Welt voll Sonnenschein. Oh, perfekt. So, den laden wir dann jetzt ein. Dann laden wir nochmal den Angel Blaze ein. Dann muss ich jetzt hier nochmal alles bestätigen. So, dann schauen wir doch mal. Wo haben wir denn hier denjenigen? Da ist er doch. Können wir auch noch einladen. Können wir auch noch einladen. Die Person könnten wir eigentlich auch einladen. So. Ah, okay. Jetzt werden sie ja noch alle angezeigt, diejenigen Spieler, die ich hier noch eingeladen habe. Aber ich gehe jetzt einfach mal auf Spielen, weil es sonst wieder dann zu lange dauert, bis sie dann hier wieder alle beitreten und so weiter. So, dann nehme ich jetzt einfach mal den NTF-X. Nehme ich auch kein schlechtes Fahrzeug. Ha, jetzt hat er wieder ein Tourismair genommen. Das habe ich mir aber schon gedacht. Nehme ich auch kein schlechtes Fahrzeug. Was? Das ist mein bestätig. Alter, da warte ich schon auf den. Und ist es der Dunk, oder was? So, na, jetzt kann er was erleben. So, ich warte jetzt nie wieder auf jemanden. Wenn wer bremst, verliert. Alter, was ne Sau. So, jetzt werde ich aber zum Hirsch. Hahaha. Oh, fail. So, jetzt habe ich diesmal doch noch das Rennen gewonnen. Jetzt bin ich wieder stolz auf mich und bin sehr zufrieden mit der Mission. Uh, gibt ja ganz schön viel Geld. Das ist ja sauviel Geld, wo man da bekommt. Haha, das gefällt mir doch. Das muss ich doch jetzt mal liken hier. Dum-dum-dum-dum-dum-dum. Setze fort. Oh, und es wird schon fortgesetzt. Jetzt nehmen wir mal die Hütten-Schlacht. Die kann nämlich auch interessant werden. Alter, wieso will er denn immer diesen freien Modus machen? Das ist ja so nervig. Das ist der Nachteil, wenn man mit anderen Leuten spielt, mit denen man das vorher nicht ausgemacht hat. Aber ist ja auch egal. Ach ja, jetzt müssen wir hier wieder die halbe Menschheit einladen. So. 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 so jetzt bin ich mal gespannt jetzt hier wieder alles beitritt ok dann bestätige ich jetzt mal weil bei den anderen kann es dann wahrscheinlich wieder zu lange dauern hörst du es sie rufen uns um um ha 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 ha, so macht das Spaß. Uiuiui. So, jetzt verstecke ich mich jetzt mal unterm Dach. Lass uns halt das ja irgendwann mal auf in der Zeit. Uiuiui, diesmal hat er mich jetzt mal gesehen. Uiuiui, jetzt geht er ja richtig ab. Damit habe ich jetzt eben nicht gerechnet. Jetzt hat er mich eingekesselt quasi. Ah, fuck. Holy shit. Ja, man. Das war jetzt auch wieder kacke. So macht das auch Spaß. Jetzt können wir auch wieder schön beobachten, wo der sich jetzt hier versteckt. Hmm. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh! Ih, der wagt hier oben! Hm. Hm. Haha, ich hab's auch noch geschafft! Und wir haben's auch noch geschafft, Leute! Das find ich auch grad mal am besten! Uh, 4.059, ja, auch nicht schlecht! Ja, das gefällt mir doch! So, Freunde! Ja, Leute! Ich hoffe, euch hat das Video gefallen! Und dann sag ich halt eben mal, sehen wir uns dann wieder! Was sag ich jetzt wieder? Dann sehen wir uns beim nächsten Mal! Tschüss, Freunde! Tschüss! 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 Tschüss!